Nina Bott zeigt ganz stolz ihren Babybauch auf Instagram. Die Schauspielerin und Moderatorin erwartet momentan ihr viertes Kind. Nur mit einem schwarzen Body bekleidet, setzt sie ihr Bäuchlein in Szene und lächelt freudestrahlend in die Kamera. Ob sie sich in der 24. oder 25. Schwangerschaftswoche befindet, kann sie selbst gar nicht mehr genau sagen. Kein Wunder, schließlich hat sie neben ihrer Schwangerschaft noch viel um die Ohren. Ihre anderen beiden Sprösslinge sind mittlerweile vier Jahre und ein Jahr alt und halten die werdende Mama sicherlich zusätzlich auf Trab. Ihr ältester Sohn Lennox macht derzeit ein Auslandsjahr in den USA. Im Hause Bott ist also ziemlich viel los. Dieser Post zeigt aber nicht nur Ninas Babybauch, er ist auch ein Statement für Body Positivity. Auf dem Bild kann man ihre Quetschfalte, wie sie diese liebevoll nennt, sehen. Und das ist ihr total egal. Dazu schreibt sie, Ich liebe dieses kleine dicke Bäuchlein und diese lustige Quetschfalte auch. Für sie ist diese Falte eine Besonderheit und kein Makel.